Willkommen zurück zu Cube World, aber heute zu fünft hier mit der Chip. Hallo! Dem Tete. Guten Tag! Frisch dabei, dann noch den Sips LP. Hallo! Und der David. Vor allem frisch dabei, weißt du? Ja, der Tete ist doch frisch dabei bei mir. Den David hat man gar nicht gehört, den hat man früher schon bei Minecraft-Folgen im Hintergrund immer gehört. Jetzt wissen wir, wer der David ist. Genau. Der Tete mal nen Klatsch geben. Da braucht ihr euch dann auch nicht wundern, er sitzt in der Dose. Das ist nicht beschwert. Aber das ist kein Spaß, die Internetleitung beim David ist echt zum Brechen. Ja, die haben das damals ein bisschen improvisiert. Die haben halt an den Kuhzaun an jeder Seite ein paar Klemmen gemacht und darüber läuft die Telefonleitung jetzt auch. Wie schnell war dein Internet nochmal, David? Es ist nicht mal 1 MB. Ah, okay. Ja, du hast ja mal so gesagt, im Schnitt DSL 800, ne? Oh, das aber. Ich bin auch tot. Ey, das ist ja mal richtig heftig. Was ist denn passiert? Was macht ihr denn hier? Wie seid ihr denn eigentlich? Da, ein Raccoon, den schaffen wir doch wohl zu 5, oder? Ey, warte mal stehen, Fee. Du hast dein Fleisch verloren. Der gibt schon XP. Der gibt aber gut XP. Der gibt aber gut XP. Ja komm dann, lass versuchen. Du, ich sehe nur noch Knochen. Warte, ihr habt Angst vor dem komischen Typen da. Ach locker, Alter. Na, ich heil euch, ich heil euch alle. Ich heil euch alle. Ja. Ja, Leftovers plus 60. Geil. Wow. Du musst gleich halt mal gucken, dass du einen Stab kriegst, Titte. Ja. Wo ist eigentlich mein Pad eigentlich? Vielleicht habe ich einen. Warte, da links. Ah, da, jo. Ey, du Pisser. Bam. Wo kann ich mein Pad sagen, also dass es rauskommen soll? Tee. Äh, ja, oder du musst einmal das Ding wieder rein draus tun. Ey, Deadship, ich heil dich. Okay, danke, das ist ganz gut. Wo laufen wir eigentlich? Irgendwohin. Nordwesten. Da lang. Wir laufen da lang. Ja. Ist das dein Strauß da, den du da... Ja, ich habe einen Peacock. Ich weiß nicht warum, aber das war das Einzige, was ich gefunden habe. Hey, wieso kommt denn mein Pferd nicht? Da ist es. Boah, Alter, ist das laut. Warte, ich mache mal ein bisschen leiser. Ja, ich habe da bei mir auf 10% das Spiel. Oh, ich auch. Das ist so heftig übersteuert. Scheiße. Patschton. Ich sammle mal zwischendurch so Herzen auf uns, weil mir kannst du Tränke machen. Ja, genau, nehme ich auch mit. Kennt der Tete da denn? Das sind Blumen. Guck mal, da ist ein Bursch. Mein Bursch. Ne, er hat da noch nicht wirklich gezockt. Da ist ein Einziger Char. Ah, okay. Oh, hallo. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich den auch heilen? Ne, Moment, wenn ich den angre... Ne, dann darfst du dich heilen. Oh, ob wir den kaputt kriegen, ey? Ja klar, los. Guck. Hier. Boah. Aua, 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 aua. Scheiße. Aua, 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 ich auch. Oh, 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 oh. Boah. Ich komme wieder, ich komme wieder. Ich stehe da. Lauf im Kreis. Ich klapp lieber hier die Onion Rings kaputt. Oh, scheiße. Da kann ich einen Screenshot machen. Der sieht aus wie Simpsons, ohne Scheiß, wie Huma. Komm, guck dir mal den Kopf an. Also... Huma Simpsons-Kopf. Oh Gott, ich mach echt kein Damage an dem. Ich bin tot. Ne. Lass mal abhauen. Das ist Schwarzsinn. Boah, der hat mich One-Hint. Der mich auch. Der müsste mir ausweichen. Der Gammler, ey. Okay, doch kein Raid auf den? Pogger-Raid mit 40 Leuten? Ich glaube, den schaffen wir eher nicht so. Ne, ne, den schaffen wir auch nicht. So, warte mal, wo lang? Der ist viel zu hart. Ey, laufen wir schon wieder? Falsch. Mein Pipi-Schwanz. Ach ne, wir lang. Wir müssen eigentlich noch da so. Oh, der hat ein Pferd. Ja, ich hab ein Pferd. Hast du ja gecheatet, ne? Warst du... Bist du Schurke? Ja, klar. Ich war die ganze Zeit Schurke. Ja, stimmt. Ja. Ich bin auch echt froh, dass ich den Warrior nicht genommen hab. Weil irgendwie... Ich hab den angefangen und das gefiel mir überhaupt nicht. Haha. Nein, that's cruel! Hau auf ihn! Ah, nein. Los, Pferd! Tritt ihn! Immer drauf! Voll heftig, wie viele Leute jetzt hier sind. Ja, voll. Mit den Pads und so. Ja, wenn jetzt alle... Wenn jetzt alle noch eins hätten? Pils! Ich seh gar nichts mehr. Ich sammel einfach nur noch EP ein. Ey, ihr sind Gegner! Hallo! Ja, die Humans, die nehmen uns... Obwohl, ne. Nehmen anscheinend viel Schaden sogar. Jawohl. Bam! Boah! Boah! Ne, der leckt nur bei dir. Ja. Internet. Also ich hab den Server getestet. Mach die 800k Leitung. Ja, ich hab den Server getestet. Bei sechs Leuten fängt das langsam an zu lecken. Krass. Da müssen wir dann gleich wechseln. Nein, Quatsch. Da musst du überlegen. Der läuft ja bei mir auf dem PC, ne? Hier, lass die Beatles machen. Ja, die bringen richtig viel. Ja, eben. Oh, kleinen Kiefer. Beatles? Cool. Ich dachte, die wären tot. Ne, alle noch nicht, oder? Ne, alle noch nicht. Einer lebt noch. Jetzt sind alle tot. Ach, ich hab nur Punkte zu verteilen, ne? Stimmt. Krass. Ne, ich nicht. Warte. Wohin wollen wir jetzt? Wer? Warte, Peter. Warte, warte, warte. Zu den Schwertern vor Valor Castle. Boah, ist das langsam. Ah, vielen Dank für diese Info. Ja. Boah, ist das ungewohnt, dass das Ding so lahmarschig ist. Krass. Ja, mit 400% gehst du ein bisschen mehr ab. Ja, ja, ich hab da doch schon auf 40. Du hast da nicht drauf. Bei meinem anderen Charakter hab ich das auf 40. Aua, aua, hab ich schon runtergefallen. Geschafft, yeah. Boah, jetzt noch was trinken hier, schnell. Da ist ein Bowl. Oh, eigentlich sollte ich mal auf den Berg und von da aus ne Runde fliegen. Wollt ja, dann verpass ich EP. Kannst du schon fliegen? Du Cheater, du. Ui. Ach, da oben. Da ist er. Da fliegt er. Du Wichser. I can fly. Wie die alle weiterzocken hier. Ne, wieso? Ich hab nicht weitergezockt. Ne, was hast du denn gemacht? Mit deinem Krieger dir das Ding da gegeben? Ne, nicht mit meinem Krieger. Das hab ich von dem anderen gekriegt. Oh. Von dem anderen. Ja. Ja, egal. Da kostet der Innozin Silber. Von daher. Boah, ich bin gleich down. Ja, ich krieg hier auch gerade Besuch. Dat ist, weil die sehen deinen Avatar und denken, dat ist die Pussy der Gruppe. Ne, dat ist der Supermagier. Dat denken die. Der kann sich's leisten, so schwul auszusehen, denken die sich, ne? Jetzt geh doch schlafen, du Homo. Wollang? Ja, da rüber. Ui. Obwohl, wie hieß das eine nochmal? Dragon Age. Da konntest du echt den schwulen Elf poppen. Guck mal, hier sind noch Beatles, aber Snout-Beatles, die müssen wir zusammen kaputt kriegen. Ja, die spucken aber, glaub ich, ne? Ja, egal. Müssen einfach direkt drauf. Warte, kenn ich. Er pinnt. Bam! Nee, ich trink gerade was hier. Oh, fuck. Peter trifft nicht, sauber. Doch, aber der ist vorher kaputt gegangen. Oh, oh. Boah, was drauf? Leute, die sind rot. So dickens Kerle. Die wollen mich. Das geht ja mal gar nicht, ihr WTF. Aber ich find, die lassen sich ganz schön viel Zeit mit den Patches, ne? Ja. Die können nicht. Die, die kriegen doch die ganze Zeit Angriffe da auf ihren Server. So darf man den halt nicht verkaufen. Die werden gedostet ohne Ende. Was macht der Notch denn schon wieder? Ehrlich. Boah, weil nicht mal dem Kapital, der wird dosten, ey. Boah. Tee-Tee-Nit-Heal. Oh. Wo bist du? Hier oben. Ich seh, Alter. Ja, warte. Ich hab da voll nicht drauf mit dem Scheiß-Heal. Danke. Boah, ich hab's geschafft. Oh, Fleische. Warte, wie... Ah, Moment, Moment. Ich muss meine Punkte vergeben. Vergeben? Deine Punkte sind vergeben. Ah. Ah. Die sind den festen. Oh, ja. Hör mal. Ich hab den Sprung geschafft. So. Du hast nen Pet-Affe. Und zack. Ja, und? Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Ah, cool. Meine Spinnenweben. Nur wenn du schneller bist, dass du über den Canyon kommst, Spinner. Du Pimmel, wie kann ich denn reiten? Brauch ich dafür ein Pferd? Du musst den Skill dafür haben. Dann kann ich auf meinem Peacock reiten? Auf meinem Pipi-Schwanz? Ja. Auf deinem Erbsen-Schwanz. Obwohl Pi kann ja auch Pipi sein, oder? Nee, nicht mit E-A. Achso, ja, stimmt. Lol. Aber wir sprechen es so ein. Aus. Ein. Außerdem, was hab ich denn hier überhaupt auf Reiten? 109 Prozent. Also, damit spring ich nicht besonders viel weiter. Ah, ich find, das lohnt sich nicht. Ja, ich find's ganz angenehm. Also, später lohnt sich's. Ted, ich laufe fast schneller als dein Pferd. Also, ich sag mal, bis 150 Prozent lohnt sich das. Darüber aber nicht, weil du musst so viele Punkte da reinballern. Ja, aber hinterher bringt das halt nicht mehr so viel, die Punkte irgendwie in Angriffsskill zu packen, oder so. Ja. Weil da hast du echt 0,01 Prozent teilweise Unterschied. Aber lieb, I can fly. Oh mein Gott, ihr klatscht fette Dinger. Nee. Arschig. Hier, da unten sind noch paar Beatles. Oh mein Gott, ey. Warte, ich will auch. BarkBeatle, fliegt weg. Oh, Autos. Also, die sagen zwar alle, man soll weiter sich den Wassermargel zocken oder den Ranger, aber die wissen doch gar nicht, was passiert, wenn die den alle, ähm, wenn die patchen. Ja. Als ob die das lassen, dann ist doch eh wieder alles komplett anders. Hilfe! Willst du F? Ey, ich, ich, oh nein! Oh fuck, ich bin tot. Du hast dich aufgelöst. Ich bin auch einfach mal gestorben. Alter! Hilfe! Komm hier hin! Sebastian! Die Tiel! Die Tiel! Alter, hier sind Ogre. Warte, hier ist der Heel. Ich komm gleich. Oh, den eintreff ich. Tod. Oh, 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 oh. Lauf! Peacock, hol ihn dir. Pick ihn, pick ihn tot. Hilfe! Komm hier um den Stein. Oh, ich lieg auf dem Boden als Haufen. Oh, oh, ich glaub ich werd verfolgt, ey. Das ist überhaupt nicht gut grade. Ja, renn im Kreis dann, aber nicht so, nicht so groß. Es kommt noch nicht so gut dran mehr. Hier ist ein Tempel. Oh, lol. Hier ist ein Tempel? Peter ist schon wieder woanders. Ist ein Tempel, das sind voll die geilen Sachen. Okay, ist der jetzt eigentlich noch kommen ist. Oh, jetzt könnte ich mal eine Heilung. Ah, okay, ich bin fast voll. Zombies! Ja, das Skelett hab ich grad mitgebracht. Sorry. Boah, da fällt doch ordentlich was aus. Und dann gibt er drei XP, weißt du. Drei. Hab da noch Platz, da kommen noch ein paar Gegner an. Was? Lol. Dann machen wir das kaputt, Junge. Da kommt noch einer. Boah, da kommen noch mehr. Ja, level ab. Ja klar. Warte, du bringst nur einen mit? Alter, wie hart ist das? So richtige Totengräber. Haha. Hilfe! Zack. Also ich find das scheiße, manche auch Untote spielen, ne? Ich kann das nicht auseinanderhalten. Aber ich hab blaue Haare. Ja, das ist was besonderes. Ja toll, dann kommt gleich ein Untoter mit blauen Haaren. Ey, weil ich hab keine Haare, ja, also. Am Sack. Wie viele sind da denn noch? No. Ah, ne, das war okay. Mein Gott. Punkte verteilen. Ich kann gleich noch ein paar mitbringen, wenn er wollt. So, die ersten Punkte pack ich jetzt erstmal in den Gleiter, wenn ich mal ein bisschen schneller bin. Wir sind doch gleich da. Alter, krieg ich überhaupt XP? Weil wir sollen schon einen defeaten. Ja. Ja. Oh, hier ist doch so ein Zombie. Oder ein Zombie. Zombie! What the fuck? Ah. Zack. Voll geil, wenn man die trifft, als ob die mögen. Ich mach echt kaum Damage, ey. So teilweise im Null-Komma-Bereich. Ah, doch, ich krieg XP. Zack. Heiß. Boah, da könnt ihr nicht was mit draufschlagen auf den, ey. Hier ist noch ein Skelett. Ach, so ein Tempel, okay. Ja, genau, da war ich gerade. Ich geh mal hochgucken. Gibt's da irgendwas unten, oder ist das nur hier zur Show? Wie ist da nur Show, da ist gar nichts drin. Nee, das ist nur Show. Okay. Das ist echt so, dass da einfach nur Gegner drinnen rumstehen. Mehr ist das nicht. Mano. Äh. Entschuldigung. Dann gucken wir mal, wir können auch hier und da auch noch welche raus pullen. Da ist der Boss. Oh. Hol den raus. Mach den kaputt. Oh oh. Mach den kaputt, Junge. Ich hab welche am Arm. Ja, nicht mehr lange. Bam. Boah, mein Peacock geht voll ab. Weißt du noch nicht, wo mit der Haut? Wo ist denn hier noch einer? Ach, hier. Siehst du, alle schießen auf Ted? Ted muss sterben. Zack. Ja, wundern mich echt, ich hab bei den Gegnern jetzt 30er Crits teilweise. Was echt? Ja. Mir ist freund, wo wir losgegangen sind. Jetzt bei dem jetzt nicht, aber vorhin am Anfang schon. Hier oben sind keine Gegner, okay. Ja, wo ist denn der Boss? Hier auf dem Berg, ne? Oh, hier ist er. Ich hab ihn. Oh, er pullt ihn einfach, lol. Sorry, sorry. Er ist hingefallen. So, das war ein bisschen auf Verheilung auch. Ah, den mach mal locker, oder? Schaff mal das. Ja, doch. Aber auch nur, wenn du ordentlich healst. Guck mal, der ist schon tot. Ja. Der liegt schon. Der liegt? Ja, 41er Crit gerade an dem. Sauber. 28er, 19er war der Weichel gar nicht. 52er jetzt. Krass. Soll. Der ist aber voll easy, man. Ja.